Wenn Sie einen Kurs erstellt haben und diesem nun Personen hinzufügen möchten, begeben Sie sich in Ihren Kurs hinein, wählen dort in dem Reiter Personen die sogenannte Hierarchiesynchronisation aus. Die Hierarchiesynchronisation bedeutet, dass im Hintergrund In-It's Learning Jahrgangsstufen bereits angelegt sind und Sie dort eine gesamte Klasse auswählen können, die an diesem Kurs teilnehmen können soll. Klicken Sie also auf Hierarchie suchen und wählen dort unter Ihrer Schule, in dem Fall ist es die Demo-Schule, wählen Sie die Schüler aus und wählen dort in meinem Beispiel die 11. Jahrgangsstufe aus und fügen Sie sie diesem Leistungskurs Englisch hinzu, klicken auf Speichern und folglich sehen Sie, wenn Sie unter Personen klicken, dass alle Schüler aus der Hierarchie Klassenstufe 11 in diesen Kurs hinzugefügt worden sind. Natürlich können Sie auch einzelne Personen Ihrem Kurs hinzufügen. Dazu gehen Sie unter dem Reiter Personen auf Hinzufügen und können Personen entweder nach dem Nachnamen oder auch mit der Einschränkung nach bestimmten Hierarchien suchen oder auch nach bestimmten Rollen, die Sie in der Plattform haben, beispielsweise Lehrkräfte oder Schüler. In meinem Beispiel suche ich jetzt meinen Lehrerkollegen, denn ich möchte gerne, dass wir beide in diesem Kurs die Schüler gemeinsam unterrichten. Dazu gehe ich also auch hier nochmal auf Lehrkräfte, damit ich auch ganz sicher bin, dass ich in meiner Schule die Lehrkräfte suche. Ich habe hier auch den Haken auf Lehrkraft gesetzt und suche und sehe eine komplette Liste der Kollegen an meiner Schule und kann jetzt hier zum Beispiel meinen Kollegen, den Lehrer ratlos, hinzufügen und bevor ich ihn aber hinzufüge, kann ich auch nochmal entscheiden, in welcher Rolle ich ihn hinzufügen möchte. In meinem Fall, da ich ja mit ihm gemeinsam unterrichten möchte, füge ich ihn als weitere Lehrkraft in diesem Kurs hinzu. Ich könnte ihn natürlich auch als Schüler hinzufügen, beziehungsweise andere Personen, wenn ich Schüler aus Nachbarklassen temporär hinzufügen möchte oder welches Szenario auch immer, dann können Sie natürlich über diesen Weg auch anderen Personen die Schülerrechte in Ihrem Kurs geben. In dem Fall möchte ich gerne mit meinem Kollegen gemeinsam unterrichten, füge ihn als Lehrkraft hinzu. Sie sehen, hier steht, ein Teilnehmer wurde hinzugefügt und wenn ich dann jetzt nochmal auf Personen klicke, dann sehen Sie das Gesamtbild. Ich habe jetzt in meinem Kurs zwei Lehrkräfte, einer davon bin ich selbst, einer ist der Lehrer ratlos und der Rest sind die SchülerInnen in der Klassenstufe Nummer 11. Ich habe jetzt in meinem Kurs zwei Lehrkräfte, einer davon betrachtet,